Ich habe mich mit meinem jetzigen Chef bei einem Golfturnier wieder getroffen, da habe ich den Job vorgestellt und habe gesagt, ob ich zu Wüstow kommen möchte. Es war eine schnelle Entscheidung, weil Wüstow ist ein tolles traditionelles Unternehmen mit langer Karriere und da habe ich mich relativ schnell entschieden. Also Wüstow besteht jetzt seit 90 Jahren. Es ist ein stabiles, starkes Unternehmen, das für mich damals und auch heute eine sehr große Sicherheit ausgestrahlt hat. Wüstow war für mich ein sehr solides, stabiles Unternehmen mit einem guten Ruf, mit einem langjährigen guten Ruf und ich habe mich persönlich da eigentlich sehr gut eingegliedert. Dann bin ich im Zuge von einem Praktikum eigentlich zu Wüstow gekommen. Ich habe dort schon Unternehmenskultur schnuppern können und einfach das Arbeitskliber kennenlernen können und das hat mich einfach total überzeugt. Also ich habe Familie, ich bin Mutter und die Familienfreundlichkeit im Unternehmen, die mir die Möglichkeit bietet, dass ich eine flexible Arbeitszeiteinteilung habe, ist etwas sehr Besonderes. Ich kenne kein Unternehmen und ich kenne sehr viele Unternehmen in der Finanzbranche, wo die Mitarbeiter so lange dabei sind. Zum Beispiel dieses Jahr mein Team ist wieder ein Mitarbeiter, der aus 40 Jahren im Unternehmen ist und das zeichnet Wüstow natürlich aus. Wüstenrot steht für mich für ein solides, stabiles, kundenorientiertes, mitarbeiterorientiertes Unternehmen.